record und ich bin wieder drauf also ich bin auch wieder drauf okay yay gib 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 inkompetent hallo es geht weiter ja eigentlich ist es ja ne neue oh ich hab diamanten du hast diamanten das ist sehr 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 gut guck hättest du mal auf gut dass du auf mich gehört hast meine sechs diamanten sehr sehr gut gut dass du die kohle abgebaut hast schreibst du kurz in die kohle ich hab mein skype nicht beendet oh leil jo jo gut jo spitzschuss he he so ah noch mehr eisen mein timer ist jetzt auch schon zu ende ja gut äh dann start direkt nochmal neu ne so schöne apple watch kann so unnötige dinge so warum ruft der jetzt an ich werd grad angerufen von 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 links warte ich geh mal kurz dran ja ja ich sag nur eins auch wenn ich noch auf dem server bin äh schreibt das mal bitte in die illikonfi ja hab ich grad gemacht ja okay ciao guck ich bin evel evel 8 ja ich bin evel 8 hörst du die evel 8 jay ok er hat mir grad einfach nur gesagt ich soll in die konflikschreiben obwohl ich das schon gemacht habe ja läuft ne ja super oh ne ich hör spinnen ich hör schon die ersten spinnen mhm ich auch er meinte zu mir es gibt hier mehrere spawner okay ne dann lass mal in die richtung bauen vielleicht ist er auch ne Hülle ich bin jetzt schon level 8 ich bin jetzt schon level 2 cool wenn wir nicht direkt die Erschwörter machen zwei Stück dann haben wir noch 2 richtig dann haben wir noch 2 übrig dann haben wir noch 2 übrig dann haben wir noch 2 übrig ja würde schon sagen auf jeden fall eisen haben wir ja oh äh ziemlich viel äh 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 ich habe noch mal 17 1 ich habe noch mal 17 1 und gut ich komme äh 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 die Sprinten ich habe mich nicht ich habe schon Hunger ich habe schon Hunger ich bin da hast du noch Eisen ja zwei Stück ja dann tun wir mal rein mit da dann also hier in den Ofen ach so ja ja okay doch so ne dann macht gleich noch äh mehr Rüstung wenn das dann fertig ist ja für dich ne Hose als erstes mal mhm ey eigentlich hätte ich jetzt schon Bock die anderen zu jagen aber vorher essen ne mhm oh da ist Eisen ich denke egal aber wir haben jetzt erstmal genug von wo sind denn diese bescheuerten Spinnen na ich weiß aber noch nicht ob es für eine volle Rüstung reicht ah ne Höhle sehr gut hier ist Gold gut mitnehmen und Lava Hilfe ich habe mal keine Eisenspitzhacke komm mal her hier ist ne Höhle oh Creeper oh Creeper behal äh Sunpowder ne äh äh wo bist du hin hin ach so da da ist Joel's wo ach da hä weiß der nicht dass es ein dass es ein äh Dingsmode gibt ok ok 1 Gold 1 Gold super 1 Gold wow toll das ist Stronghold Lapis Lapis brauchen wir zu entfernen sehr gut Jackpot würde ich schon mal sagen und ich habe Hunger ja ich auch wollen wir uns die Koordinaten hier von der Hülle mal aufschreiben und Essen holen gehen ich glaube nämlich ehrlich gesagt nicht dass jetzt irgendjemand draußen ist und wir sind schon so gut ausgerüstet dann können wir uns das eigentlich leisten ja oh ja ich auch ich auch warte lass uns noch den Ofen mitnehmen und so ja lass uns noch full iron machen ok ok aber warte man kann jetzt noch nicht an Hunger nein man kann noch nicht an Hunger sterben man kann einfach noch Hunger haben ähm ja soll ich mir die Koordinaten von der Hülle mal na wir wir schreiben uns gleich die Koordinaten vom Eingang auf würde ich sagen wenn ich glaube die Hülle taucht was ok ich kann meine Hose machen schon mal was ok ups also das reicht auf jeden Fall für eine ganze Rüstung bin ich mir relativ sicher hier ist eine Hose für dich ein Helm für mich ja ich habe auch endlich eine Hose ich brauche noch ein Eisen hm 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 Dankeschön so 8 Eisen noch 8 ja da ist ja eine Spinnenwegegen gegeben hat wegen du wegen dem Bogen wir haben ein Eisenschwert und ein Steinschwert was ich noch nie benutzt habe hm ich auch hm cool ne und man die erschwert das ist schon mal nicht warte ich habe 9 Level das ist nicht schön ich habe 2 Level ist das nicht wundervoll wenn ich die Kinder dann kriege ich da auch noch mehr Level aber nur 1 das lohnt sich noch nicht nee erst wenn du 30 hast ne ja einmal darf man ja sterben von daher geht das schon die vor so hr ich habe voll Eisen, brauchen wir nur noch zu warten für dich ähm so lalalala joh 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 sowohl der erste Lava stirbt Und seine Diamanten wieder verliert, ne? Ja, genau. Monsterjäger kriegen die alle. Naja, hast du wahrscheinlich auch schon, oder? Äh, warte. Eine Option, äh, habe ich. Cool. Du hast ja eben die Spinne gekillt. Muss ich jetzt vier eilen? Jo. Gut. So, Full Iron läuft bei uns. So, ich baue jetzt hier ab. Schön. Full Iron und Biaschwerter. Wie viele Minuten haben wir noch? Wir haben noch sieben. Okay, das passt. Also ein bisschen mehr, ein bisschen mehr. Ich hab ja 30 Minuten-Teimer gestellt. Okay. Äh, hast du noch, äh, lel, lel, stone? ja zwei normale stone und da kann man ja auch noch benutzen ich sehe gar nichts hatte ich schreibe mir mal kurz die koordinaten auf irgendwie ich habe das auch schon mal mit minecraft neu installieren gemacht und das geht irgendwie nicht ich glaube das liegt irgendwie an meinem computer sich die helligkeit zu hoch habe okay aber mir liegt halt am bildschirm dass ich nicht sehe der blende der wenn es so dunkel ist dann blendet der also leuchtet halt reflektiert okay so eigentlich hätte man auch flinten stil ein feuerzeug machen können ach brauchen wir nicht wo stehen jetzt die koordinaten ich sehe die gerade nicht äh okay ich bin gleich schon oben das war einmal wir haben auch toll gewesen so nein die kuh ist weg ja du bist schon oben wo bin ich jetzt ach so in der schlucht das ist die kuh muss man nicht so weit auseinander gehen ich bin der erste kuh-tupser ok ich hab fünf steaks hier sind richtig viele kühle einfach alle ausrotten ich kann nicht mehr sprönten wo bist du hingerangt einfach raus ja super einfach raus scheiße ich krieg schaden ja wahrscheinlich hunger ich hab einfach mal eins gegessen ok wo bist denn du jetzt ich komm jetzt zurück ist mir viel zu gefährlich so nachher kommt jetzt jemand so bin ich gleich wieder da ah da bist du oder bist du das ja bist du ok lass uns hier kurz beraten mach ich sowieso wenn mein ventilator aus ist boah ich sollte vielleicht mal skype ausmachen full iron yeah oh ein steak nom nom und noch eins nom nom ok du willst auch mit essen ok bin schon am weg ok lass dann gleich wenn wir das essen haben äh einfach schon in den fanghaut ne erst mehr essen holen ich bin nicht da unten verhungern das ist einfach auch toll diese Kuh hat eins den ich gegeben ja nee da brauchen sie für Bücher mhm oh da ist ne da ist ne weite Wiese da sind Schweine und sowas noch drauf oh oh der ist gar nicht mehr drauf ich wollte grad fragen ob auf normal oder auf schwer ist oh hast du mich erschreckt alter guck mal da so yay ach lieber äh so lass einfach noch ein bisschen steak hier nehmen warten wir aber bis das alles fertig gebraten hat oder ja wie viele steaks hast du jetzt noch drei stück hab ich ok dann lass warten bis jeder frumf hat ich glaub das ist ne gute zahl ok ja wir können ja auch unten weiter braten ja ich hab wieder bestehend war nicht erst einfach drei folgen am Stück aufnehmen ich glaub das passt schon so jo alter wir sind ja überhaupt nicht weit weg von der mitte seh ich jetzt erst ok ich hab fünf ok dann bin ich erst dran ich brauch noch zwei eins eins zwei yay warte warte noch äh halt nicht ich ich bin 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 in der Fall er hat das andere drüben war der Grundmann stein und kies raus mit lässt sich dazu machen können so wie er und die Mäste dieser Gang ätzend ich wünschte wir könnten beide Diabost-Plattaten der Habe hier ist ein Redstone und zwar es ist nicht egal du brauchst du wohl ein Teil und ich bin wieder schnell ich liebe diese Gänge wo man so gut steuern kann wobei die Höhle da Lava Lava immer praktisch ok dann lass da mal hin warum gehen wir eigentlich in die Höhle die Höhle gelegen ist achso dass das kommt heute warte ich nehme noch das Eisen mit oh wir haben genug Eisen eigentlich oder eigentlich schon aber für gucken dass ich für die nächsten Tage Spinnenweben immer mitnehmen dass ich für die nächsten Tage diesen Back rausbekomme das Lava hast du noch gebratenes Eisen dann lass die noch mal kurz schmelzen ich brauch noch mal ein bisschen was Spinne hä warum war da eine Fackel drauf ok dann noch zwei Minuten ok du bist nur schon wieder hin rennt man nicht schon weg ich bin oben ja ich seh dich einfach ich brauch noch eins Spinnenweben dann können wir uns beide Bögen machen ich hab schon eins Spinnenweben ich hab schon sechs ja dann reicht's doch ah da ist noch Eisen du hast okay dann äh warte ich komm zu dir und lass mich dann da braten ich setz jetzt mal Fackel damit ich auch nicht den Vorteil bin Skelett oh ohne mich zu hüten hat's gestorben das müssen wir jetzt auch mal Fackeln damit das nicht so aussieht als wir zu ziehen also wenn dann Jowls oder so das ist es tut mir leid ich weiß wie ich selbst nicht wie ich diesen Bug bewegen kann kannst du bei mir in der Aufnahme machen ich bin in Lava gezogen ich bin in Lava gefahren und konnte ich retten äh jetzt nur nicht sterben ne Alter ich hab mich voll erschreckt ich hab nur gehört wie du Lava gesagt hast dann hat jemand unten Erfolg bekommen scheiße hast du überlebt? ja ich hab überlebt aber Skelett und Creeper äh wo bist denn du? bau dich ein hier bau dich ein schnell hab ich gut da ist das Skelett du bist das? gut ich regeneriere mich auch langsam wieder Urte Eisen abbauen und dann bin ich da reingefahren hm ich hab's gesehen hier schon der erste Schreck hm creeper bin ganz faul damit hast du mich erschreckt alter ne du bist gekommen ne äh äh ich brauch mal Fackeln noch zwei häng dir einen ja ich mach mir das welche häng dir einen ich mach mir welche häng dir einen das schön alles fair ist Knochen auch einen mitnehmen immer alles mitnehmen ich muss ja jetzt immer nicht immer diese Fackeln setzen bevor damit es nicht so aussieht als würde ich cheat also ich werd ich will gucken ich will gucken dass ich diesen Bug äh zur nächsten äh jetzt zur nächsten Folge hinbegeben kann zur nächsten Aufnahme denn wir nehmen ja jetzt noch eine auf eine Folge da kann ich sowieso nicht begeben da bin ich zu faul zu sein äh oh hier ist Lava warte lass uns mal ich mach einen Eimer und dann lass uns einen Lava Eimer machen und ein Wassereimer wäre mal nicht schlecht so ja aber hier ist irgendwie kein Wasser ne ne irgendwie nicht so hier gehts aber auch weiter und da ist ein Spinnenspawner ein Spinnenspawner das ist nicht gut warte mal ab für Level wie wärs wenn du mir dabei hilfst? ja ich bin ja schon am Weg oh da ist ein da ist eine Kiste sehr sehr gut oh da ist Gold hab ihn abgebaut ein Diamant drin wir können uns einen Diamant-Sacke machen und hier ist Gold ja hab ich schon gesehen das Gold boah ich hätte fast dicht geschlagen aua 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 du bist vergiftet hochhilfe hoch geh die doch mal hab ich hab ich hab ich hab ich hab ich man stirbt ein Gift eh nicht ich nenne jetzt diese Folge doch lieber Lava plus Kühl hoch ach hier ist so ein Slime-Raum so ein Raum wo man Slimes bekommen kann Slime-Spawn sowieso überall ja auch hier ist Wasser hier ist Wasser Alba ja hier ist Wasser oh lass dir das Ding mal mitnehmen es kann ja schlecht sein das mitzunehmen du meinst die Kiste du meinst die Kiste oh die geht zurück ja ich hab die ich hab die ich hab das jetzt mitgenommen ok äh geh mal zu unseren Sachen und mach noch einen Eimer und ich auch einen Wassereimer hab also ich würd hier erstmal äh noch kein oh hat mich das Gelätt erschreckt äh noch keine Dierspitzhacke machen ich würd erstmal Rüstung machen vielleicht mit Diamanten ich glaub das ist sinnvoller ja obwohl äh Dinge wir brauchen wir brauchen jetzt sowieso wir brauchen jetzt sowieso noch zwei weitere Diamanten dann können wir uns eine Enchantment Table machen und dann können wir unsere Sachen verzaubern ja aber der Enchantment Table macht erst Sinn wenn wir Diersachen haben finde ich ich nicht so gar nicht ich find nämlich das Lot nicht wenn man Eisensachen verzaubert und die danach eh durch Diersachen austauscht eventuell die geht's noch runter oder bis die in der Nähe Hallo 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 Tja wie was wir haben drei Diamanten das ist schon mal schön also ich finde wir sind ganz schön gut equipped mhm und wir sind eindeutig wenn ich nicht gestorben bin mhm warte lass uns mal hier gucken was hier liegt egal was wir gucken oder nicht da ist nix und wir sind wie alt uff was machst du wieder da? na ne ich hab nur ein Zischen gehört ich weiß auch nicht wo das herkommt warte 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 ich hab wieder diese Lichtbugs die sollten auch eigentlich gehoben sein ok wir sind dann Gold das ist gut dann können wir uns dann demnächst äh Goldäpfel machen warte vielleicht oh noch mehr nein Eisen ist doch verliegt Eisen brauchen wir nicht mehr ne denk jetzt mal nicht so ne mach jetzt einmal auf düster dann ist es bei mir dunkel und jetzt auf düster und jetzt mach ich wieder auf hell ah jetzt funktioniert's gut also doch noch oh kann es sein dass wir schon überziehen oh ja das kann schon sein egal ich schneide wir einfach dran hat keiner gesehen ok ok dann einfach schnell ok dann müssen wir jetzt mal kurz leften ne ja einfach schnell leften tschüss Leute bis zur nächsten Folge tschüss tschüss